Leute, wir kommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich da in Sölden. Es ist wunderschönes Wetter. Da ist jetzt noch nicht so viel Schnee, aber es ist richtig gut. Wir hoffen, dass wir oben ein bisschen ein Firm haben. Dass wir es ein bisschen fernig haben. Ja, ist ja gell. Und ja, ich würde sagen, starten wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.